Hier gibt's doch PvP! Oh mein Gott! Das müssen wir uns eines Tages auch mal angucken. Das stimmt wohl. Verbinden, okay. Dann nehmen wir jetzt mal die Schlange da unten. Ja, gibt's denn da was? Ja stimmt, da gibt's sogar einen Shop da unten dann. Und dann können wir über die Schlange zu Brigitte, um den Schrein freizuschalten und dann... Richtig. Oh mein Gott. Nice, dann kriegen wir, kriegen wir hinkriegen. Also wenn wir's richtig anstellen, müssen wir nur einmal Brigitte machen. Ach, das ist das mit den Gegnergruppenschwächen. Das war ja super. Das hat Spaß gemacht. Jetzt muss ich aber erst mal gucken, was ich kann. Oh. Ähm, hier ist meine Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Und hier schieß ich so komische Bomben, die den Gegnern Schaden machen. Die sagen, komm schon, wir müssen hier runter. Wir müssen die Gegner töten. Und das sind immer fucking Wachtürme. Ich musste erst mal gucken, was ich kann. D.K., 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 tot, toter, toter. Hier ist auch noch einer. Hä? Oh, sehr gut. Puh. Haben wir direkt geschwächt. Okay, die Nächsten sind oben rechts. Oh mein Gott, wir sind so langsam. Ich hab mich so dran gewöhnt, so schnell durch die Gegend zu rennen. Oh Gott, ich hab irgendwas getan. Geblock, 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 finde ich nicht so gut. Oh Gott, wurde geschwächt. Gut, nicht in die... Mojo, 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 Mojo. Meins. Okay, ich hab'n Mojo mit Found the Truth in the Code, Angriffsgeschwindigkeit, okay. Vorsicht! Und rechts! Vorsicht! Ah! Okay, ich hab... Oh mein Gott. Alter, scheiße. Hier in diesem Kreis hat's... Aua! Scheiß Arschloch-Türme! Okay, nach links. Oh Gott, nein, 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 nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für ein fetter Riesen-Mongo? Aaaaah! Ich glaube, das ist genau das, was du, was du, was du sagst, ey. Ach, shit. Was ist das? Ein fetter Riesen-Mongo. Was ist das? Shit, ich weiß nicht mehr, welche Fähigkeit jetzt irgendwie mich heilt. Was ist das? Was ist das? Oh, gut. Ich kann mich... Ich stell mich mal hier grad in die Ecke. Segne den Boden, was deine Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Schieß eine Bombe, die deinen Gegnern schädigt und dich in deinen Verbündeten um den zugefügten Schaden halt. Ist direkt um die Ecke. Oh! Wow! Stuck it, bitches! Inventarplätze erhöht, sehr gut. Rein hier. Ja. Oh. Oh, Shrine. Was ist das? Es gibt alle Gegner, die weniger als 80% Leben haben. Ja, vielleicht ist das... Können wir das hier mal benutzen. Dann musst du hier die nächste Gruppe an Gegner... Oben rechts... Diese Türme machen das ein bisschen... Ich glaube, ich hab das ein falsches Noah ausgewählt hierfür. Oh! Oh! Nein, 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 nein! Oh! Diese Türme gehen ein sowas von auf dem Schwimmer. Du hast ja noch ein... Äh, genau, ne True Heart. Hä? Hä? Oh, du bist ja fast tot. Ich do a zäh. Ich auch. Ich auch. Oh! Oh! Okay, 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 okay. Wie wär's damit? Oh, bitte töte mich! Oh, ich glaube, ich werde mich selbst umbringen, glaube ich. Gut, dass ich mich heile mit meinen Zaubern und so. Du hast jetzt gerade wieder volles Leben. Ist doch gut. Oben rechts. Oh! So, du sammelst jetzt alle Heilkugeln ein. Diese Laser! Was, diese Mösen? Die Laser, nicht Mösen! Ach, Laser! Entschuldigung, das TS spinnt ein bisschen. Das ist ein bisschen... Ja, 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 ja. Bisschen eklig, das TS. Oh, warte, hier oben ist noch einer. Die müssen wir töten. Yay! Warte, ich lebe! Ja, mit-ti, piti! Wie? Juppi, 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 juppi. Komm schon, spiel. Zeig uns die Nächsten an. Da unten. Unten rechts. Ahhhhhhh. Achhhh! Ahhhhhhhhhh! Ja, ich werde mich später selbst töten. Au! Oh mein Gott, Oh mein- Ohohohoho! Ohohohohohohoho! Oh mein Gott, fick dich doch ins Knie. Das ist so schnell, diesen Türmen, warum muss das so... Das ist ätzend. Nur, dass ich verlangsame, ey, ich bin so froh, dass ich verlangsame. Das ist super geil. Oh Gott, das heilt uns beide immer. So schnell den anderen noch, wir haben nicht mehr viel Zeit. Cool. Das geht schon wieder. Ich fühl nicht mehr. Ich hau zu Türmen. Weißt du, dass ein Turm beim Ausgang steht? Wo ist denn jetzt hier Gegnerkram? Er hat gesagt, wir kommen gleich zu VEDU. Was, ist jetzt VEDU da? VEDU hat... 10 von 10, wie gut. Ja, VEDU. Der muss ja jetzt richtig krass runtergehen. Was? Was? Iza, lauf nach rechts! Lauf weg! Oh, fuck die Hände! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! 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 Nein, hör auf! Warte, warte, warte! Nein, geh weg! Warte, 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 warte! Ah, da kommt der andere! Nein! Auf damit! Oh Mann! Weg, 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 weg! Ah, lauf! Ich bin gierig! Ui, toll! Brauchen wir nicht. Hast du einen Mojo? Ja, eins, aber... Na ja, dann lass doch hier zusammen machen und dann nimmst du das. Okay. Vor allem den Lebenspunkt, ich hab so ein bisschen Schiss. Wenn keine Gegner bekommen, kann ich mich auch nicht mehr heilen. Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Aua, haua, haua, haua! Wir können doch nach rechts oben. Vielleicht ist da noch was. Ich will aber nicht nach rechts oben. Ich will jetzt nach Hause. Doch, wir schaffen das. Aaaaah! Ich bleib jetzt hier einfach stehen in der Ecke und leine. Mach das, mach das. Ich versuch nochmal irgendwie ne Truhe zu... Hier ist nichts! Hier ist nichts! Voll kacke! Oh Mann, oh! Ich komme! Komm Isa, komm! Ich bin außenrum. Oder auch nicht. Au, was zur... Du musst genau über den Laser drüber gelaufen. Wuhu! Ja, 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 ja. Das habe ich nicht beachtet. Das stimmt. Ich bin dumm. Sweeeeen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hier ist doch der Ausgang! Hier ist der Ausgang! Wir müssen doch irgendwie da ran! Wo dann? Ah scheiße, 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 kommt auf dich zu! Vorsichtig! Oh nein 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 nein! Ich komme nach! Nein, ich sterbe jetzt in diesem scheiß Arschloch! Nein! Ich will nicht mehr! Los, los, jetzt, jetzt! Oh mein Gott! Was ist dieses Spiel dafür? Ich hab 14 Lebenspunkte! Ich hab 14 Lebenspunkte! Dieses Spiel ist so ein Lutscher, ey! Voll! So ein Arsch! Okay, haben wir den? Ja, einfach die Mojos kaufen! Kommt nicht genug Gold, ja, okay! Oh mein Gott! Nicht genug Gold, dein Arsch hier so! Oh Mann, oh Mann, okay! Ist nicht mal ein Heiltrank drin gewesen, das sind wir direkt shoppen! Komm, das machen wir jetzt nochmal! Gegnergruppen besiegen ist ja jetzt auch so leicht! Kanalisation! Überall Wachtürme! Wir sind sowas von im Arsch hier oben! Wir haben 14 Lebenspunkte! Wir sind sowas von im Arsch! Ich befürchte es auch fast! Wir müssen nur taktisch vorgehen! Und vor allen Dingen, meine Zauber fressen ja auch noch meine Lebenspunkte! Du musst halt nix machen! Ja! Dieser Fette! Ich geb mir Mühe! Dieser Fette! Was? Was? Wir gehen ab sofort wieder oben rum! Und erst wenn wir ganz OP sind, gehen wir nach unten! Okay! Puh! Einmal noch! Achso, du hast gleich wieder angefangen! Ja 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 ja! Los geht's! Wir haben ja eh nix neues bekommen! Nee! Nur auf die Fresse, aber das fand ich neu! Das sowieso! Ach, tut uns beschützt! Geisterhühnchen! Nein! Ah! Sehr gutes Level! Oh! Ich sollte mich angewöhnen, dass ich darauf achte, dass ich ich bin und nicht du! Also! Wenn du verstehst! Also das mit dem erhöhter Anrufsgeschwindigkeit in diesem Kreis, ganz cool! Ist geil, ne? Hm! Muss halt blöderweise in dem Kreis bleiben! Der ist ja ziemlich riesig! Und die Bombe heilt uns jedes Mal! Hatschu! Achso! Scheiße! Das ist wieder mit dem Schnupfen! Was ist es? Das ist wieder das mit dem Schnupfen! Ernsthaft? Ja! Lass deinen Inhalt wahllos fallen! Oh! Eine Perse! Dieser Schnupfenschall! Oh! Warte mal! Ich mach auch mehr! Wir machen einfach mehr Damage mit den Dingern! Glaub ich! Oh! Hier oben ist direkt! Oh! Warte! Wir wissen, dass das ein Mojo-Kombinierer ist! Ja! Das bedeutet, es lohnt sich! Ich muss mir jetzt mal merken! Okay! Das bedeutet... Medal-Found! Nice! Zwei... Zwei Toten... Oder zwei Skelette! Muss ich mir merken, dass das der Mojo-Kombinierer ist! Oh! Das ist ein Mojo! Da! Wir haben ein Mojo! Was macht das Püppchen? Das Püppchen! 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 Plus hier Schaden, jo! Oh! Wir können ja nicht durch! Hatschuten! Gesundheit! Ich fühle mich ein bisschen wie bei Wurms! Pikachu! Das ist nicht Wurms! Aua! Das ist nicht geil! Ich verstehe das nicht! Ich... Ich... Ich verstehe dieses Loa nicht! Im Endeffekt... Gebe ich viel mehr Zau... Äh... Viel mehr Lebenspunkte aus... Als das es mich heilt! Dafür kann ich dich heilen! Dafür kann ich dich heilen! Kein Problem! Au! Oh! 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 Füllen Schaden! Wie können... Was Ficken? Was, wo? Warum, warum sind manchmal die Gegner irgendwie mit so nem Heilungsding überzogen und heilen mich dann? Was bin ich? Was bist du? Ähm... Wenn ich... Wenn ich Gegner quasi... Äh, ich mache irgendwas mit denen... Ja! die zu verspotten oder sowas und dann heilen die ein wenn sie sterben sehr gut und ich kann halt wenn ich sie treffe mit meiner bombe dann heilen sie uns um den schaden die die bombe macht deswegen habe ich meinen zauberschaden ganz stark hoch gesteckt geile idee was habe ich wieder die und das heilt uns ziemlich gut voll also wollen wir hier links rein das ist schreien glaube ich oder es ist so ein truenteil ein truenteil das ist wieder der laser starb ich habe glaube ich die projektile ja das ist der laser piu piu starb piu piu star ein großes hühnchen als hat ein süßes kleines babyhühnchen ausgepuppst das ist meinheit dran danke oh viel gold da ist noch einer diese hühnchen sind echt eine gute idee die hühnchen sind sowieso in jedem spiel der perfekte gegner ja finde ich auch also auch gerade minecraft sind die schlimmsten das tut ihr gerade ein bisschen weh das level ja ich heil aber wir heilen uns ja wieder durch mich danke heilen dich gegnerische angriffe hier schaden für einen kurzen augenblick heilig gegnerische angriffe gegenstand ja dann behalte ich dann mal sicher hier ist zauberschaden hast du noch einen motor ich habe noch einen platz frei ja ja dann zauberschaden ja nice äh hier oh geil ja 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 lecker 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 ich habe nämlich eine geldbörse dass ich nach zehn münzen geheilt werde das ist gut das in dem level hat kacke aber an sich da kommen wieder von von allen seiten ganz viele dieser zauberschaden dieser erhöhte angriffsschaden in au was soll das seid ihr blöd aua ja schon so ein bisschen holl die frechen arschlöcher da dann macht mir schaden macht mir schaden macht mir schaden ja macht mir schaden macht mir schaden mach mir schaden du hast doch blödes scheiß dreckst du hast jetzt absichtlich keinen schaden an die so ein potzauber also wenn der bombe treffen ist so eine andere sache das war hier da deins da danke ich weiß nicht was es gemacht hat weiß nicht aber es ist ein einsatzbares item also immer raus spammen wenn du kannst ich damit getroffen habe ich hat es mich geheilt ja hat es sehr gut hier oben ist es endlich ich habe mich schon gewundert und shit jetzt habe ich nicht aufgepasst ist natürlich dort auf damit ihr blöden schweinehunde was da da steht dein name drauf habe ich gelesen kann nämlich lesen seit neuesten echt wie hat er das dabei gebracht ich bin ich mir selbst sehr ekelhaft es war ein bisschen schwierig weil ich eben ich musste meine meine sprache neu erfinden sind wir jetzt damit endlich das hier ist aber bestimmt ein schrein was machst du hier hallo heute habe ich ein riskantes geschäft für dich mal wieder ich werde 50 prozent deiner maximalen gesundheit nehmen dafür über 100 prozent mehr schaden ja machen wir sowas von der nehmen wir nehmen geil geil so und jetzt mal hier den spaß noch mal mein wunschbrunnen mein wunschbrunnen und gib mir was schönes bitte nom 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 ja dass wir irgendwie gesundheitsmojos bekommen ja oder so tank mojos oh ein mojo mit gesundheit ja das kannst du dir immer einverleiben und noch mal mojo mit schaden das ist edu die sieht crazy aus ich wollte gerade sagen jetzt ist ein bisschen unanständig was sie da gerade macht dann kann ich ja das steppenmojo hier weglegen sie sieht echt seltsam aus so dann ich glaube ich habe jetzt auch zwei heiltränke alles geil genau heiltränke und und das und die küsse tön 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 also wie auch die dinger platzen jetzt halt einfach einmal so läuft bei uns ja alles gut geile wohnen wir einfach runter oder wollen wir alles erkunden wooooww fress das ihr bitches Abgefahren. Alter, wir rocken die. Wir haben jetzt auch 100, also ich habe jetzt 118 Schadensschwert da oben. 143. Geil. Das ist auf jeden Fall mehr als wir es letztes Mal hatten, als wir wirklich auch irgendwie was am Schreien gehabt haben. Was ist jetzt so ein Schrein? Okay, cool. Dieses Fels, das es so den Buff gibt, das ist natürlich aber auch unglaublich groß. Okay, dann kommen wir hier mal wieder. Ja, Gegner. Ja, läuft. Okay, ich spende quasi 10% meiner Lebenspunkte, um hier mein Zauber zu wirken. Natürlich jetzt nicht so freil. Kommst du klar? Der Schaden ist so episch. Ja, das stimmt. Das ist echt geil. Juhu. Wir haben es geschafft. Na dann, können wir jetzt direkt raus. Ja, das finde ich auch ganz gut. Ehe uns das nochmal passiert. Ja, dann raus hier. Nicht, dass das nochmal in die Hose geht. Ahaha. Ich weiß auch nicht, warum du gerade links standst. Ich weiß auch nicht. Was ist das hier oben? Achso, hier, schreien. Ja, 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 ja. Hier zieh uns nochmal Lebenspunkte ab oder so. Oh, ja, wenn sie uns wieder 100% Leben geben. Hallo, Abteurer. Heute habe ich schon wieder ein riskantes Geschäft für euch. Ich meine, ihr kommt ja jeden Tag hier. Ich werde dir 50% der maximalen Gesundheit nehmen, dafür 100%. Ja, läuft. Komm, machen wir mal. Komm, komm, hau raus. Ja, 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 ja. Ich glaube, jetzt rocken wir alles One-Hit weg. 132 Gschwert. 245. Das ist... 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 140 Lebenspunkte. Ja, Mensch, das ist aber angefangen. Was soll's? Einen Treff von mir ist so tot, aber scheiß drauf. Na ja, echt? Was soll denn das? Aber dann scheint es ja so zu sein, dass wenn man in einem großen Level dann quasi unterwegs ist, dass man nur eine Möglichkeit des Schreins hat oder so. Weiß ich nicht. Es ist einfach immer wieder dieser Typ da gewesen. Und der Typ hat ja immer dieses Geschäft. Ja, gut, das stimmt. Ich habe jetzt drei Heiltränke. Ich bin zufrieden. Ja, das ist okay. Ich habe halt noch die... Wollen wir zu Brigitte oder wollen wir da hin? Und eh du... Nee, wie heißt der? Eh... Lass uns das ja machen. Wir haben ja ganz viel Brigitte vor uns. Wir haben eh keine andere Wahl. Dann müssen wir nicht noch mehr Brigitte machen. Oh, fuck. Ja, ich sehe... Alter. Ach genau, Vedo, nicht Edo. Aber es sind keine Türme. Und damit bin ich schon mal sehr zufrieden. Es ist vergiftet. Wir sind vergiftet. Toll. Verlieren kannst du... Geh nach oben, 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 nach oben. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich bin unterwegs. Das ist nicht so das Problem, weil ich teile mich ja um den Schaden wieder an. Vorsicht, weg von den Dingern. Okay. Komm schon, spiel, beeil dich. Los. Aber gut, das sind jetzt nur zwei Schadenspunkte, die wir kriegen, ne? Das ist jetzt echt nicht viel. Von daher. Boah, ich habe gerade 348 Schadens... Oh! Au! Die Dinger können aber ganz schön weg rocken, wenn sie einen voll erwischen. Ich weiß nicht mal, was mich erwischt hat. Wieder mal... Wie immer. Das war unser erstes Leben, ne? Sehr gut. Ja, ja, alles gut. Die Kugeln von so einem großen Gegner, wenn die... Ach, das Giftfeld, der hätte man nicht reingehen sollen. Ach, der Mensch. Vorsicht, da kommt doch irgendwas. Hast du was rotes? Okay. Ach, so ein Mojo. Okay, ich gehe schon mal zu den Gegnern. Bist du was mit Chance aufsuchen, zieh suchende Projektile, leck mich. Nee, nein, 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 ich bin eingeköstet. Ich bin eingek... Der bummst mich hier. Okay, das war vielleicht doch nicht so die Taktik schlechthin. Ich würde dann mal sagen, wir schauen mal... Müssen wir beim nächsten Mal ran, ne? Ja, 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 würde ich auch sagen. Ich glaube, ich muss auch sagen, dass Loa ist jetzt nicht nur das Beste für mich. Nee, also ich bin mit dem hier, ist ganz okay. Da muss ich Ziel üben und so überhaupt. Und das kann ich nicht. Du musst Ziel üben. Ich würde es verbessern, nee. Wir kriegen das hin. Wu, Wusa, wir kriegen das hin. Und sehen uns einfach in der nächsten Folge von Mojo Rampage. Full Mojo Rampage. Das hat mir jetzt gereicht. Ja, echt crazy. Bis zum nächsten Mal. Tschööö.